Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast, mit dabei wieder AK3FIRST. Und, das war Credox, und ich hab verpennt, also hört ihr seine Ansage leider nur ab, weil ich ein Mongo bin, weil ich ein Mongo bin, und ich baue hier an unserem Haus gerade weiter, und es ist Nacht, weil wir natürlich immer den Törber weiterlaufen lassen müssen. Zwischen den Aufnahmen. Tja, aber okay, das sind so die First-World-Problems von Minecraft, und ich bin jetzt hier am Strippen, also Strip-Meinen, ähm... Ja, ihr kennt ja auch euren Seroc paradox, er strippt immer, egal was los ist, er zu strippen. Pst, stimmt nicht. Ähm, und ich sollte lieber nicht diese Eisenspitzer-Gefahr hauen. Aber, du musst mir bitte noch mal ne Eisenspitze-Hacke runterwerfen. Hast du sie kaputt gemacht? Ja, gleich ist sie kaputt. Pst, blöd. Ja, ich weiß. Es tut mir doch leid. Glaub ich nicht. Also, finde ich hier kein... Wollte hier grad sagen, wieso finde ich hier kein Credox? Äh, wieso finde ich hier kein Red... Ist das Redstone? Schau mal, schau mal nach unten, dann siehst du Credox. Hallo Credox. Äh, bam, 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 bam. Da siehst du Credox Little. Little Credox, oh Gott. Hey, wieso füllt's nicht meine Dings nach? Das passt zu unserem vorherigen Gespräch. Wenn das ich mich nicht mehr erinnern kann. Doch, doch, stimmt, ja, ja. Nein, wir haben außerhalb der Aufnahme. Ja, ja, ich weiß. Und ich hab hier grünes Zeugs gefunden, ein Monatzeit. Grünes Zeugs oder cooles Zeugs? Habt ihr nicht verstanden. Beides. Das ist grün und cool. Und ich hab rotes Zeug gefunden. Ah, lalala, 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 lalala. Uh. Ah, scheiße. Bam, 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 bam. Endlich stirbst du auch mal. Scheiße, hier spawn ich auch noch. Scheiße, mitten in der Nacht, scheiße. Mitten in der Welt ist scheiße. Mit keinem vielen Skeletten kannst du mal kurz Tag machen, ehrlich. Sorry fürs Cheaten, aber es geht gar nicht anders. Hier gibt es viel zu viele Skelette und der ganzen anderen Scheiße. Lala, dann. Ich hab Redstone gefunden! Yes, Mann. Redstone. Tastler set. Hast du überhaupt okay? Time day, japs. Hä? Nein, stimmt. Time set. Time set. Day. AKG. Day. Sorry, aber sonst würde ich hier nicht überlegen. Naja, ist ja okay. Ähm, und ich hab ein bisschen Redstone und zwar 27 gefunden. Yeah. War aber nur eine kleine Ader. Ihr könnt mich alle mal, ihr könnt mich alle mal. Alter, wie immer. Die Hälfte von meinem Zeug ist weg. Aua. Da ist nix. Ich hab mein Schwert schon mal, das ist das Wichtigste. Ist da was? Ich seh das glaub nicht. Dunkel ist. Egal. Auf jeden Fall hab ich... Nein. Ich pack im Boden fest. Auf jeden Fall hab ich... Ich pack im Boden fest. Was? Ja. Ja. Äh. Auf jeden Fall hab ich jetzt Redstone und wir können endlich diesen... Äh, scheiß... Äh, scheiß... Auf jeden Fall die Spitzhacke? Ja. Gut, und ich weiß nicht wieso ich dem auch... Nein. Nein, nein, ich häng hier fest. Puh. So. Also ich hab keine Spitzhacke mehr und häng hier zwischen zwei Felsen fest. Ich mach mal kurz mal ne Workbench. Ich mach mal kurz ne Workbench. Oh, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und die Musik ist wieder so anstrengend. Wer mein Dead Space Let's Play verfolgt, der kennt diese Musik. Äh, wo bist du? Äh, wirf einfach runter. Ne, warte. Warte, ich komme. Zack, zack, da lang. Scheiße, wo muss ich lang? Äh, nicht gut. Zack. Bitte hier. Ja, perfekt. So, geh weg. Hast du da ne Spitzhacke? Äh, ja, ich hab mir ne Steinspitzhacke gemacht. Ne, aber da unten liegt doch meine... Ja, jetzt. Ja, wo dann? Die hast du jetzt schon aufgesammelt. Nein, hab ich nicht. Da musst du dir irgendwo nebenliegen. Da musst du dich einfach... Ja, die liegt hier, aber ich kann die nicht aufnehmen. Wieso kann ich die nicht aufnehmen, hallo? Sauerbar, Server lag. Nein. Wenn ich Holz ab, äh, Stein abbaue, geht das sofort rein. Nein. Sag mir nicht, die ist aus dem Chunk gefallen. Wenn man Sachen weit wirft, dann fallen die aus dem Chunk manchmal. Nein. Kommt schon. Dammit. Ja, nein. Jetzt baue ich mich auch noch mit irgendeinem Erd. Also hatten wir vorher verdammt Glück, dass du gerade noch so standest, dass der Chunkload so war. Ja. Ach, scheiße. Okay, müssen wir nächstes Mal dran denken. Jetzt liegt die halt da unten. Und ich kann sie nicht aufnehmen. Was ist, wenn du an die Stelle, wo die liegt, nen Block platzierst? Hab ich schon versucht, geht nicht. Ich hab auch schon runtergegraben, geht auch nicht. Leider. Schwebt die dann nur noch, oder fällt die mit? Ne, die, äh, die fällt mit runter. Aber ich kann sie trotzdem nicht aufnehmen. Aber ich hab ein freies Inbett. Naja. Drei Eisenverschwendung und zwei Holzsticks. Aber dafür bringe ich rechtlich Beute mit. Ja, wenn du da jemals wieder hochkommst. Ja, ich bin schon fast oben. Zack, zack. Und ich bin da oben. Nein. Ja. Und ich baue mich natürlich sofort als erstes wieder ein. Ja, wie immer halt. Immer dieses kleine Bunkerkind. Hey. Wie war das heute beim Sturm? Bei uns hat es heute gestürmt und gewittert, Alter. Sommergewitter, aber eins von der harten Sorte. Na, so wie du es magst. Oh yeah. Also wie man merkt, wir haben hier eine Uhrzeit, die ist nicht mehr unter 18. Genau. FSK 18. Alter, ich dachte schon, du wärst ein Zombie, verdammt nochmal. Bin ich. Mittlerweile. Hey, nicht hier unter Schock. Hoffentlich hast du jetzt nur noch ein halbes Herz. Nee. Mir fehlen nur zwei Herzen. So. Nur. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Oh, da ist ein neues Stick. Okay, das kann ich gleich abbrauen. Ich will diesmal zuschauen, weil ich hab's diesmal nie gesehen. Du kannst dir den Trip... Oh Gott, hier hat sich viel verändert. Du kannst dir den Trip-Tab nehmen und das dann rauslullen. Liegt da vor der Tür, am Eingang. So, dann nehmen wir das mal. So, jetzt kann ich nämlich endlich nach gefühlten Tausend... Alter, crazy Musik. Nein, ich hab die Spitzsacke doch eingesammelt, aber die lag da noch. Äh, wo ist jetzt neuer gewachsen? Äh, beim vorderen Baum an der Seite. So, was brauch ich jetzt hier? Ich brauch eine RE. Ja, bei welchem? Hä? Battery. Zinn und dann, dann. So. Dann brauch ich einmal 10, verdammt. 10, 10, 10. Wo? Warte, ich kann mir... Hier, hier, bei dem hier. Und zwar, da. Da außen. Genau da. Musst dich halt nah ranstellen, damit du das Ding bekommst. Alter, ja, ich hätte mir andere... Zack, außen rum bauen. Ähm, bam, 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 bam. So, okay, jetzt kann ich das aber machen. E-Batterie, Fragezeichen. So. Tin. Nein, shit, ich brauch noch erst Copper-Kabel. Einmal das, 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 das. So, Kopfer, verdammt. Kopfer, Kopfer. Das Kopfer. Ja, wir brauchen echt ein Lager-System, dann auf jeden Fall so schnell wie es geht. Ja, auf jeden Fall. So, dann haben wir das da, das da, das da, das da, das da, das da. Oh, nice. Und Sex, äh, Sex-Copper-Kabel. Das ist immer noch sehr betont. Das sexuell ansprechende Copper-Kabel. Zack, zack. Und, nein, das ist das andere, das ist Redstone. Yes, man, eine RE-Batterie. So, dann brauchen wir jetzt ein... Ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Gener, äh, Gener, Generator. Warte, ich zeig's dir sofort. Ahem, ja. Ein Generator, da. Okay, dann kommt die RE-Batterie da hoch, da, okay. So, hier ist die RE-Batterie. Kannst du ja auch mal kurz deinen Zuschauern zeigen. Bitteschön. Da liegt sie ja. Und das hier ist eine... Außen, leere RE-Batterie. Ah, und das hier ist Klopper. Kann 10.000... Uuuuh. Keine. Tchuuuuh. Guck mal, da ist eine Schlange. Döt machen! So, zack. Jetzt kommt, äh, ich hab das Re-Tap wieder verloren. Ich find irgendwie die Kabel sehen voll geil aus. Hm. Ja! Wo ist das Re-Find-Iron? Iron? Re-Find-Iron. Ist das hier drüben? Nein. Re-Find-Iron... Ach, ich hab's im Inventar. Ah, ich bin... Ich seh wieder alles hier. Zack. Zack. Oh, Iron Furnace. GENERATOR! Achief und get! Suitable Power. So, äh, ich würd sagen, wir machen unten in den Karate... Achief-Achief-Ment-Jäger, ich nicht. Äh, wir machen hier unten in... What the fuck, was war das gerade? Äh, wir machen die Dinger hier unten in den Kellerein. Kellerkäden. Die, die, die... Wie ich schon gesagt hab. Die Technik-Sachen. Machen wir unten in den Kellerein, ist das okay? Ja. Ja. Okay. Gut. Das weg, dann... Das weg, das weg, das weg. Das, 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 das... Das, das, das... Wir müssen den Boden erst mal aus Holz nehmen. Ja. Nein. Eins zu weit. Ich brauch jetzt. Erdo, 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 Erdo! Wir müssen erst mal hier das ganze Zeugs ausgraben. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Tick, zack, weg, weg. Bam, bam, tschüss, block. Tschüss, block, tschüss, block, tschüss, block. Wir müssen da aufpassen, weil sonst... Sonst bauen wir da wieder auch ein Loch ein. Obwohl wir können ja hier dann Glas hinbauen. So. Ja, stimmt, das ist ne sehr gute Idee. Wir bauen hier nen Glasboden. Obwohl auf Glas kann man nicht drauf bauen. Ja, kein Glasboden, aber ne Glaswand kann man ja machen. Ja. Wir hatten so viel Glas. Da 61. Ja. Zack, zack. Das ist blöd, dass es genau die Höhe ist, wo man, wo man durch Fallen Schaden kriegt. Oh, okay. Drei Blöcke also. Wahrscheinlich, glaub ich, denk ich. Vielleicht. Vielleicht. So, dann kommt hier oben noch der Stein weg, damit wir auch nicht hier so richtig kellerkindmäßig sind, sondern nur halbkellerkindmäßig. Da, 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 da. Wieso sind denn die Steine hier so lila? Ach so, wegen dem... Ach so, wegen dem... Ach so, wegen dem... Ja, ja, wegen dem... ähm... Waypoint hier. Deswegen. Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott. Oh, chillige Jazzmusik. Hast du noch Holz? Das Musikstück ist gerade drin. Ja, ja. Zwei Stück. Also vier Stück insgesamt. Warte, ich leg das hier schon selber hin. Ja, verleg das mal und mach dann da auch den Boden, sodass es genau von unserem Haus dazu passt. So, der Generator kommt mal da hin. Hangover. So, wir haben einen Generator und der steht da. Geil. Und jetzt brauchen wir Cola. Ah, und zwar ganz viel. Ja gut, ich hab... Ich bringe den 60er Stack mit. Okay. Und den Baum, darf ich den abbauen? Welchen? Den hier, wo ich daneben stehe. Ich hab einen Roboter-Tree-Sublayer. Wo bist du? Ja, klar, hau rein. Ich dachte, da drauf und nicht rein. Reinhauen oder abhauen? Dann wohl reinhauen. Da oben ist keins, schade. So, dum 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 dum. Oh, ich mach jetzt mal einen Kopperschrank hier. Gernst du Musik? Äh, nee. Nicht? Nein, warte, mach nochmal. Ich hab nicht... Das ist soweit du weißt Indiana Jones, oder? Ja, 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 kann sein. Das ist auf jeden Fall Indiana Jones, Alter. Was laufe ich hier eigentlich für eine Scheiße. Aber ich hab gar nicht... Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Indiana Jones-Fan. Ja, ich auch nicht. Ich hab's mir nur Zeitlang halt angeschaut. Mhm. Ich hab noch ein Roboter-Tree-Sublayer. Oh, hier ist noch einer. Okay, mit Roboter- äh, Roboter-Trees passt's schon mal. Den pflanze ich mal direkt da hin. Unser Haus ist einfach nur so hässlich im Moment. Ja, und ich brauch Holz. Kann zur Holzform gehen. Jo, mach ich doch. Äh, übrigens, es wär glaub ich nicht schlau, wenn ich jetzt schon da Kohle reinlege, oder? Ne. Ja, bringt nix eigentlich. Doch halt, es lädt sich auf. Ja, aber nur ein bisschen. Glaub ich. Doch, es lädt sich sowas auf, bis es... bis es nicht mehr braucht. Bis es total dicht ist. So. Ich weiß nicht, wieviel Tausend Euro, aber es lädt sich auf. Wir stellen grad unsere erste Energie her. Ja, das ist so toll. Also, und du hast den Rest des Stacks eingesammelt. Da, ne. Ich will das nicht haben. Und... Äh, ich mach mal kurz... Sieh, sieh, also ich kann den ganzen Stacks schon reintun. Weil... Wir haben... Das ist jetzt voll und jetzt lädt sich... Jetzt macht sich weiter. Ja, was wollen wir denn als nächstes machen? Wir müssen ja erstmal den Boden fertig und die Wände fertig und... Ja, aber was für Maschinchen wollen wir denn als nächstes machen? Äh, den Measurator wollten wir machen. Und den Pulverator. Ja, stimmt. Okay, das ist das... Pulverizer meinst du? Oder ne? Pulverizer und Maserator. Ähm, Maserator... Maserator da. Automat... Okay. Gut, äh... Oh Gott, wie... Was ist das? Was ist das? Maschinenframe... Äh... Das braucht man doch nicht für einen Maserator. Maserator... Rotary Maserator... 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 Okay... 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 Also wir müssen dann an den Ecken übrigens noch das Holz alles ersetzen... Jaja... Das ist okay... Gut... Dann hoffe ich es hat euch gefallen... Wenn ja... Lasst gerne eine positive Bewertung da... Schaut auf den Channel... Oder vielleicht auch noch ein Abo zusätzlich... Genau... Und... Gäre auch toll... Oder auch vielleicht keine positive Bewertung... Aber ein Abo... Geht auch... Und all diese Möglichkeiten... Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten... Probiert doch einfach einen aus... Jo... Gut... Dann hoffe ich jetzt... Das würde uns freuen... Und... Bis zur nächsten Folge... Tschau Leute... Auf Wiedersehen...